Hallo und herzlich willkommen zum Sportgarten. Heute wieder an meiner Seite ist der Levi, der mit uns zusammen Sport macht und auch heute noch mal vielen lieben Dank an den Freundeskreis des Deutschen Handballs für die Unterstützung und Förderung. Genau, wir von der HSG besuchen einmal die Woche die Kindergärten in Konstanz und machen dort mit den Kindern in den Einrichtungen Sport und Spiele, so wie wir es auch heute wieder machen. Genau, dann würde ich sagen legen wir los und zwar mit dem Spiel Stopp-Tanz. Okay, das denke ich fast allen bekannt. Wir bewegen uns genau durch die durchs Wohnzimmer während die Musik läuft und wenn die Musik stoppt, stoppen wir auch. Okay, gut so Levi und ich würde sagen Musik ab und wir bewegen uns erstmal ganz normal, das ganze normal Rennen. Okay? Los geht's! Sehr gut! Und weiter geht's! Stopp! Sehr gut! Dann darfst du rückwärts laufen! Okay? Alle laufen rückwärts! Lücken rückwärts! Lücken rückwärts rennen! Lücken rückwärts! Lücken rückwärts! Lücken rückwärts! Lücken rückwärts! Sehr gut! Als nächstes machen wir den Hopsterlauf. Okay, und weiter geht's! Dann darfst du jetzt noch immer abwechselnd auf dem linken und auf dem rechten Bein springen. Okay, so ganz große Sprünge. Los geht's. Ja genau, mach so. Wie weit du kannst. Und jetzt mit dem anderen. Und stopp. Letzte Runde. Machen wir einen Side-Step. Genau. Links rum, rechts rum, wie du kannst. Upsa. Passiert. Weiter geht's. Und wieder. Alles gut, leider geht's nicht. Gut, und stopp. Geht? Okay. So, perfekt. Dann fangen wir an heute. Und zwar, hab ich mir gedacht, machen wir heute so eine kleine Olympiade. Okay? Kriegst du gleich, Levi? Warte kurz, ich erklär's noch kurz, damit alle Bescheid wissen. Und zwar, habt ihr jetzt gleich eine Minute Zeit. Okay? Wenn ich auf die Plätze fertig los sage, so viele Treffer wie möglich mit dem Socken in den Kreis hier. Und ihr müsst da reinwerfen und ich zähle die Treffer, die du machst. Okay? Eine Minute lang. Versuch die Zeit zu stoppen. Okay? Du musst dann immer, wenn du geworfen hast, dem Socken natürlich hinterher rennen. Probier's mal. Machen wir einmal eine Proberunde. Hinterher. Und jetzt wieder hier rein. Genau. Und rein. Ja, genau. Jetzt musst du wieder hinterher rennen. Okay. Okay. Ups, sorry. Haben, glaube ich, alle verstanden. Warte kurz, Levi. Wir machen das genau eine Minute. Ich zähle deine Treffer. Ihr könnt zu Hause auch eure Treffer zählen. Und ja, dann schauen wir mal, ob ihr vielleicht mehr schafft als der Levi hier. Okay? So. Dann würde ich sagen, auf die Plätze. Fertig. Los. Und schnell hinterher. Du hast eine Minute Zeit, so viele Treffer wie möglich zu machen. Wieder in den Reifen. Fass weiter. Wieder rein. Weiter. So, jetzt. Weiter. Hast noch genug Zeit. Ja, der zählt. Eins. Und weiter. Wieder in den Ring. Und fass. Der zählt. Zwei. Und weiter. Wieder in den Ring. Die Hälfte hast du. Die Hälfte hast du. Fast. Und hinterher. Nochmal. 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 Ein bisschen weiter. Jawohl. Drei. So. Noch zehn Sekunden. Der zählt auch. Vier. Und noch einmal schaffst du. Einen Wurf noch. Drei. Zwei. Eins. Und Stopp. Sehr gut. Wie viel waren es? Hast du mitgezählt? Fünf. Der letzte hat ja noch gezählt. Fünf Treffer vom Levi. Jetzt könnt ihr schauen, wie viel ihr zu Hause habt. Ob ihr es nochmal spielen wollt. Ob ihr besser werden wollt. Genau. Sehr gut, Levi. War aber schon gut. Fünf Treffer. Kannst du das nächste Mal mit dem Leo einen Wettkampf machen. Okay? Voll gut. So. Dann würde ich sagen, an der Stelle sagen wir auf Wiedersehen. Levi, komm her. Wir müssen Tschüss sagen. Und zwar den Konstanz TV Zuschauern. Genau. Wenn ihr noch weitermachen wollt mit uns beiden, dann einfach auf den Livestream der HSG Konstanz klicken.